ja das war's jetzt hat es noch mal zehn ballen gegeben hat man gesagt machen schon die presse sauber das heißt die wird jetzt mit dem laubbläser da ausgefustet der ist übrigens gigantisch wenn ihr so eine presse habt weil ihr könnt jederzeit zwischen hinten in den knüpfer sauber machen den schönen trocken sehen gut aus das hier ist halt immer der problem bereich da müssen wir immer drei große geschwadereien also sind es ja mindestens von mir eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht zehn elf zwölf 13 14 meter müssen wir da gut immer rauskehren oder noch einen tag liegen lassen also wir lassen sie mal noch liegen und dann vorkehren und das ist halt alles die vorteile wenn man der eigene presse hat ansonsten muss man die guten ballen da liegen lassen in der hoffnung dass es nicht regnet weil der presser möchte noch mal wegen habe ich auch keine lust wenn ich für irgendeinen kumpel oder irgendjemanden presse und ich soll da wegen zehn ballen kommen dann sage ich bring es heute zu mir und dann können wir im hof presse kommen im ladewagen oder sonst was wenn du es dann gepresst haben willst du kriegst gepresst aber ich fahre wegen zehn ballen nicht sonst wohin ja ok also sieht alles ganz gut aus wie gesagt so ein laubbläser super sache also auch zwischen den vw bus hinten das soll rausblasen die kutschen vorrhein ganz schnell abblasen und so weiter also einfach hat sehr viele einsatzgebiete hätte ich mir nicht gedacht also ich fand so was immer quatsch wenn die leute da mit den laubbläser umgelaufen sind aber ich muss sagen also gerade für sowas hier super sache ok also wir sind der mutter erde und dem lieben schöpfer dankbar wunderschön wir haben alles getan um unsere kunden und vor allen dingen den ihre tiere zu versorgen was uns möglich ist ja manche würden sagen diese keine ahnung also auf jeden fall wir sind zufrieden und haben alles gemacht was möglich ist jetzt muss dünger auf die weiten das nächstes jahr wieder besser aussieht also ciao